Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Live-Kommentary. Wir spielen jetzt eine kleine Runde MW2 Herrschaft auf Skid Row. Zum dritten Mal gerade, dass Team Map jetzt drankommt. Boom! Ich musste kurz den Gesprächsfluss unterbrechen an dem Punkt. Ich war zu krass. Wir spielen hier auf Nuke. Also ganz normal. 7, 11, 25. Den holen wir uns. Shit. Den holen wir uns so schnell nicht. Fuck, 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 fuck. Easy. Ich habe mal nachladen. Jetzt fangen wir die ab und dann haben wir gleich schon unseren Harrier. Harrier. Schnell verpissen. Shit. Hier ist einer gespawnt, der ist auf C gegangen. Easy. Zwei Stück noch. Ist der lang gelaufen. Ich bin auch so ein bisschen verschnuppt. Müsst ihr mir verzeihen. Jetzt gerade so, wo der Winter kommt, äh, wo der Sommer kommt, sage ich, werde ich gerade so ein bisschen krank. Richtig nervig eigentlich. Nice. Und vor allem genau zwei Tage, bevor meine Eltern für drei Wochen in Urlaub fahren, ne? Ich meine, die Zeit kann man ja schon ganz gut nutzen. Zum Beispiel wollte ich für meine Facharbeit eine Menge lernen. Und dann werde ich halt krank, ne? Und dann werde ich halt krank, ne? Ist halt schade. Tja. Kann man nichts machen. Gut, dann holen wir uns jetzt mal hier ganz schnell die Nuke, würde ich sagen. Oh, fuck, wo spawnen wir denn jetzt? Oh, shit. Nochmal da, okay. Wenn ihr meint. Scheiße, jetzt spawnen die auf C und der killt mich. Der killt mich sowas von jetzt gleich. Fuck, Mann. Nein, der ist an mir vorbeigelaufen, lol. Aber wo sind die denn jetzt alle? Das finde ich jetzt nicht so gut. Äh, ja. Scheißdreck. Einer noch. Oh, fuck. Habt ihr das grad gesehen, Mann? Erstmal schön den Double. Fuck, wie krieg ich denn jetzt noch einen Kill? Oh, ich werde sowas von verrecken. Können wir nochmal ne Drohne haben, bitte? Ich will echt ungern verrecken irgendwie. Ich setze mich jetzt mal hier an das Geschütz. Easy. Hauen wir die direkt raus oder spielen wir noch? Spielen noch ein bisschen, ne? Wer weiß. Vielleicht geht ja noch was. Hallo. Warte mal. Nein, ich wollte erst den einen vorbeilaufen lassen. Damit ich dann im Notfall sogar beide holen könnte, weil ich dachte, da kommt sogar noch einer. Shit. Ist hier noch einer? Den kriege ich. Guck mal, die Leute legen auch Claymors hin. Die drehen sich dann gar nicht um, ne? So, Claymor legen sie hin. Claymor geht hoch. Tun so, als hätten die die gar nicht hingelegt. Aber okay. Nehmen sie C ein und wollen hier nicht A einnehmen. Und da kann man die A-C-Q besser draufhauen. Easy. AK-47 ist so eine geile Waffe. Unglaublich. Das sind jetzt bestimmt gleich alle da. Ja. Noch einer bestimmt. Easy. Ich habe gleich schon wieder einen Harrier. Oh, hier liegt noch eine Arca. Das ist ja auch nicht schlecht. Nur ohne Aufsätze. Das war die Auk. Da kann man ordentlich hier lang ballern, aber da kommt ja gar keiner. Das ist voll nervig. Jetzt müssen wir mal ein bisschen pushen. Zwei Kills brauche ich noch. Das sollte sogar machbar sein. Aber wahrscheinlich nicht, ne? So wie ich mich kenne. Oh ja, ich wollte gerade sagen. Wahrscheinlich kommen sie gleich hinter mir und dann kommt er hinter mir. Das gibt es ja nicht. Egal, ich habe immer noch eine Nuke, die ich theoretisch immer einlösen kann. Nice. Jetzt haben meine Teammates eine Konterdrohne rausgehauen. Fuck. Es hat ge... Es hat... Es hat geleckt. Habt ihr es gesehen? Ich schwöre, es hat geleckt. Yo. Hätte er seine scheiß Pille nicht gehabt, hätte ich beide umgeklatscht. Will ich nur mal so anmerken. Nice. Da kam der gute alte Zahltag. Nice. Quad Feed. Easy Points. Schauen wir doch mal, ob wir hier jetzt rumrennen können. Ungefährdet. Ne. Einform-Haar-Area. Fuck. Waffenwechseln dauert so lange leider in diesem Spiel. Es gibt leider keine Perks wie Reflex oder... Wie ist das nochmal in Emits, äh, in BO2? Flinke Hände, glaube ich. Genau. Gibt es leider nicht. Ah, fuck. Ja, aber das läuft gar nicht so schlecht eigentlich. Nur schade, dass ich jetzt eben den Harrier nicht bekommen habe, beziehungsweise... Ich war auf zwei guten Streaks sogar schon. Leider beide nicht bekommen. Easy. Ist da noch einer? Ich weiß nicht. Scheiß mal auf ihn, ne? Halte ich für eine gute Idee. Holt den Harrier runter, ist auch nicht mein Problem, sag ich mal, ne? Easy. Easy. Ah. Die beiden hätte ich auch noch holen müssen. Das wäre nice gewesen. Aber jetzt haben wir auch wieder A verloren. Das heißt, schauen wir mal, ob wir da vielleicht noch mal ein bisschen in die Richtung gehen können. Weil da sind jetzt die ganzen neuen Spawns, weil der Spawn ja gerade erst gewechselt hat. Und deshalb sind da weniger von meinen Teammates, die mehr Kills klauen können. Ist das nicht super? Fuck. Fuck. Hätte ich von hinten geholt. Egal, die spawnen jetzt alle fett auf A. Da kann man ordentlich mit der AC gleich, äh, reinballern, sag ich mal. Du musst die halt nur bekommen, ne? Ist der hier hinter? Da war er. Droppt sogar eine Nate. Fuck. Die sind jetzt locker alle drin. Oder auch nicht. Normalerweise sitzen hier alle drin. Nein, da sitzt ja sogar. Oder zwei. Oder drei. Easy. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Nochmal eine Stun da rein. Wir gehen mal lieber woanders hin. Shit, noch ein Assist. Ich hoffe, die nehmen noch C ein. Fuck. Drohnen. Ach, wir haben auch noch Drohnen, okay. Das ist schön. Ich werde jetzt hier keine großen Spirenzchen machen, Alter. Ich will jetzt hier einfach meine Kills gleich bekommen, ohne Witz. Komm. Ich weiß, dass du da bist. Easy. Den hauen wir aber noch auf A, ne? Nice. 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 Läuft tatsächlich gar nicht so schlecht, ne? Hätte ich echt nicht gedacht. Ey, warum wollen die denn die ganze Zeit C einnehmen, ohne Witz? Komm. Einer noch. Ich brauche noch einen Kill. Oh, feindliche Aufklärungsdrohne. Fuck. Wo sind die denn jetzt alle? Ich will doch nicht sterben. Yo. Einen von meiner scheiß AC. Easy. Oh, Witz. Ich habe so ein Pech eigentlich gehabt in dieser Runde. Ich hätte locker noch ein, zwei Harrier mehr haben können. Und tatsächlich hätte ich noch die eine oder andere Nuke mehr haben können, ja? Wenn ich meine AC bekommen hätte. Aber nein. Ich will mich nicht beschweren. Das mache ich sowieso genug. Denn da oben kriege ich nicht. Yo. Holte einfach meinen Teammate da. Metzt der denn einfach um? Easy. Ich weiß, dass du hier sitzt. Ne. Komm, also... Na, wenn ich jetzt noch einen Harrier bekomme, natürlich, dann muss ich hinten natürlich die Nuke raushauen, bevor ich die AC habe. Weil sonst wird das nichts mehr. Aber ein paar Kills würde ich gerne erst mal... Scheiße, wo sind die denn? Ich will mehr Kills. Ich will, dass ich auf jeden Fall 70 habe, mindestens dann. 62, reicht noch nicht ganz. Ich meine, ich habe ja noch die Nuke, aber wer weiß, ob die... Wie viele Leute die killt gleich, ne? Kacke, jetzt muss ich hinmachen. Das war einfach blind, die Nate dahin. Komm. Easy. Hier unten ist noch einer mit seiner Scheiß-Taktik-Einstieg. Fuck. Easy. Jetzt die Nuke. Geht doch, meine Güte. Das war vielleicht ein komisches Ende. Aber egal. Wenigstens habe ich die Nuke bekommen. Ist noch noch einer. Schade. Gar nicht mal so schlecht. 73 zu 12. Ist okay, sag ich mal. Ich weiß, in letzter Zeit kam nicht so viel. Und ich habe auch echt nicht vor, wieder 100% aktiv anzufangen. Obwohl das eigentlich eine super Idee wäre. Aber ab und zu haue ich jetzt einfach mal sowas raus, wenn ich Lust danach habe. Jetzt hatte ich zum Beispiel gerade Lust. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Lasst mir ein Like da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.